Es ist Montag, der 4.04.2022. 18.30 Uhr. Trotz Regen, Kälte und Wind treffen sich 60 Leute, um gegen die drohende Impfpflicht gegen Corona zu demonstrieren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Dies ist eine Durchgabe an die Polizei. Durch Ihre treibache Umwohnung sind Sie gesundheitlich gefährdet. Bitte stellen Sie Ihre Fahrzeuge ab und begleiten uns zumindest körperlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Dies ist eine Durchsäure an die Polizei. Sie gefährden mit Ihrem unnötigen Hin- und Herfahren aus dieser Veranstaltung unserer Umwelt. Bitte stellen Sie Ihre Fahrzeuge ab, da Sie ja durch die dreifache Unfugung sowieso gefährdet sind. Und beteiligen Sie sich bitte zumindest körperlich an unserem Umgang. Jo Mann! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020